Willkommen zurück zu Resetj. Ihr wart ja hier stehen geblieben. Okay, du bist du. Gerät aufbrechen. Zerstörung. Wut. Eins von vier Geräten ist kaputt. Habe ich auch noch Platz? Nicht viel. Kaputt. Aufbrechen kann ich. Aufbrechen kann er. Aufbrechen kann er. Na, komm schon. okay enough damage I've made a blueprint of the cooling unit you can feel how hot my logic board is no less than 85 degrees okay that would be the pool the other way however I have some unpleasant news for you I found out where to find the working fluid for the cooling unit but you're unlikely to like it in any case we will need a drill and moral depravity drill have it wo muss ich bohren? wo muss ich bohren? 108 m, 200 m. halloo, helloo, ah stimmt hier meine wc's, irgendwo soll ich bohren, jetzt hat er mir jetzt zeug, ist die nicht eingesammelt? ok, warum muss ich bohren, hätte ich den nicht, warum bin ich nicht, dass ich sie sinken genommen habe, dass sie wegkriegen, weil sie wegkriegen, man ist dahin erinnert, dass sie wegkriegen, weil ich jetzt nicht so gut erinnert, so viele sind von ihnen, wo sie enthalten? so viel wehren, dass es hier ein bisschen weniger ist, Aber sie sind nicht. Ich bin die Leiche geboren. Okay, ich bringe jetzt mal das Zeug weg. Ich bin gleich wieder da. Oh, die Tür ist offen. Ich muss da lang, schnell. Schnell mal das Zeug wegbringen. Dann können wir wieder Platz haben, das Zeug zu sammeln. Du 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 du. Lauf, Forrest. Lauf. Ja. Oh, da hängt noch ein Medikid. Öffnen. Äh. Gut. Haben wir das? Öffnen. Stimmt. Hier können wir ja alles andere jetzt reinmüllen. Hier müll mal Metall rein. Da ist kein Metall drin. Da ist kein Metall drin. Ja, ich soll uns noch irgendwas suchen, wo wir noch mehr Zeug reinmüllen können. Hier drauf noch müllen. Du bist groß. Du musst. Ob das einfällt. Gucken wir mal eine Lampe raus. Packen wir dich rein. Das gibt so mehr Übersicht. Äh. Da. Das ist ganz wichtig, weil. Ich liebe diese Anspielung. bei Rick und Morty so sehr. Sehr geil. Das kann man da hinten müllen. Zack. 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 Bein weg. Ist gerade nicht da irgendwo. Gut. Ab jetzt bloß. Weiter geht's. Ab jetzt bloß. Der Lauf Simulator. Jetzt geht's rein. Deswegen sind das ganz leicht. Wenn du schon alle plündern kannst. Kannst immer nur eine. Ach. Arbeitsflüssigkeit. Oh. 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 Äh. ich stelle eine kühleinheit okay ja ich bin vermissen sollten alle weg bohren weil ich weiß nicht was soll ich noch etwas brauchen arbeitsflüssigkeit kann ich jede leiche an bohren nur die größe schlaf arbeitsflüssigkeit ja schwebe hoch mein freund schwebe hoch na komm leichen anbohren meine boah mal kaputt na komm kann man die auch anbohren du bist keine leiche mehr die leiche anbohrbar die leiche ist auch nicht anbohrbar haben wir haben wir hier sind noch leichen gut so ein spürer haben wir noch aber keine leichen mehr ok 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 ich möchte noch irgendwas machen irgendwas mitnehmen vielleicht trinken er ist ein kleiner marathon läufer sonst noch irgendwas nicht anbohren nein schade ganz wichtig da können wir uns vielleicht noch eine kiste bauen gut hier haben wir alles kaputt gemacht das müssen wir ja hier rein ne hier waren wir drinnen stimmt hier waren wir drinnen ach da hinten muss man lang was haben wir hier klebeband isolierband heißt es ja einmal puttern ist es noch irgendwas was gebrucht werden kann ja schere okay ach stimmt der kann man so abbauen ein magnet kaputt grüß ab ab Ich erinnere mich an den Drei-Cleaners, nach einem unbezüglichen Inzidenz. Und während sie mit Cirkültbordern geschnitten hatten, habe ich einen Blick auf die TV mit nur einer meiner Sensoren. Ja, ich weiß nicht, aber warum werde ich so mit so, ähm, wie heißt das? Mit der Silve-Kits zugeschissen. Wird es garantiert noch Kämpfe geben. Ja, dann bauen wir jetzt das Kühl-Aggregat-Dingens. Ich nehme schon wieder voll. Voll mit Zeug. Ich ziehe nicht hier lang. Ach da. Wer baut so ein Schiff? Hier noch irgendwas Wichtiges. Na, Harz. So, jetzt muss ich erstmal ein Kühl-Dingens bauen. Ich habe sie eingebohrt, die Leichen. Na, komm. Noch eine Leiche ohne Wobbel. Er kommt aus so einer, so einer kranke Scheiße. Ich habe sie angebohrt. Platz im Endeffekt. Ich brauche dann so ein... Zwei. Dann bin ich doch gleich mit. So. Ähm. Oh. Äh, ja. Ja, wir waren ganz dolle verletzt. Ich muss jetzt was bauen. Erstmal brauche ich Kühl-Aggregat, nicht gleitendes Gel und Generator. So. Habe ich noch einen Generator? Habe ich doch noch. Hier nicht. Einen müsste ich doch noch haben. Dennoch nicht gleitendes Gel. Dann könnte ich ja theoretisch schon einen Generator bauen, oder? Zweimal nicht gleitendes Gel. Tadaaa. Gut. Wir brauchen noch ein Filtersystem. Hier Filter und Glykoplasma. So. Erstmal. Das bräuchten wir ja auch nichts weiter, ne? Tan und Alkali muss ich... Tan und Alkali muss ich drin behalten. Tan und Alkali. Weg. Gut. So. Jetzt brauche ich vier Filterdinger. Und... Zwei Lukoplasma. Genau. Perfekt. So wie war das Filtersystem? Great. Es funktioniert. Zumindest du wirst jetzt nicht in mir gefreut und schmierst meine Leitung mit deinem Kompostungsresiduum. Erforschene Weltraum. Hier. Hier. Top. Ich brauche noch ein veredeltes Metall. Da brauche ich... 1, 2, 3, 4 davon. Dann machen wir uns noch schnell ein Köfferchen. Ach. Bezeug. Weg. Jekte. Und das klopfen wir jetzt hier hin. Ne. Dreh, 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 dreh. Von mir aus auch so. Oh. Einmal wieder alles vollmüllen. Gut. Jetzt machen wir mal Stopp hier. Hm. Was könnte denn jetzt hier raus? Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh. 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 Ich kann nicht kraften müssen. Okay. Eine besondere Ressource. Gut. Gut. Ich muss jetzt hier auch nicht drüber rumeiern. zu los. Ich weiß. Ah, das werden wir auch noch alles entzogen. Zack. Zack. Kann man das da nicht hinpacken? Reinlassen? Reinlassen? Hier. Wir haben ja mehr Platz für Ressourcen. Ähm. Dann müllen wir erstmal hier rein. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt noch? Eigentlich nur schnell. Was? Auch mal was für die Getränke? Hier. Das Essen. Die Kiste nachbauen. So. Direkt hier neben. Hier mal ein bisschen kleine Stufen machen. Gut. Das ist hier alles nicht so. so viel in der Ecke rumfliegt. Komm, jetzt sorgen wir mal einiges zurück noch. Immer noch irgendwas lustiges aufstellen. Ähm. Was haben wir denn noch? Was ist das? Ah, Minecraft. Stimmt. Ähm. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Und jetzt oder andere mal, was haben wir hier unten. Und dann? Und dann? Das ist ja die Das ist ja auch gleich. tourst. Und dann? Und dann? Und dann? Gut, dann machen wir das hier. Sehr schön. Gut, brauchen wir noch irgendwas an Ressourcen? Gucken wir immer nochmal durch und dann würde ich sehen. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.